Von welchem Videogame würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Death Stranding. Harbrook Riff 3. Ähm, äh. Ich weiß es nicht. Was hast du da gesagt, Johanna? Das ist eine gute Frage für mich, ja. Ich sage Solitär 2. Äh, viel Fallout. Ich sage jetzt mal nicht Puckmann. Ähm, Pionco and Evil 2. Warte ich sehnsüchtig drauf. Overcooked. Gibt's ein Overcooked 2? Ja, hab ich schon durch.